Ich bin der neue Mr. X. Wer ist denn jetzt Mr. X? Mich findet er einer aus. Ja, ist gut. Wir sind Mr. X und haben jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, bis wir auf der Karte erschneiden. In der Alten-Potsdamer Straße ist er runtergelaufen und ist jetzt in der Ahornstraße. Da müssen wir jetzt um die Grüne. Noch 40 Sekunden, dann sehen die anderen, wo ich bin. Das heißt, ich habe noch 40 Sekunden Zeit, einen Ort zu suchen, zu dem wir erstmal lange brauchen. Aber jetzt bin ich hier an der Straßenkreuzung. Wir sind voran. Und die Ampel ist immer noch rot. Wir kommen nicht voran. Nee, wir kommen nicht hier weg. In 20 Sekunden wissen wir nur Scheiße. Oh Mann. Komm, 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 komm. Nicht, weil wir rot gehen. Nein. Wir sehen auf der Karte jetzt, wie sie sich bewegen. Los geht's. Wir sind in der Sackgaste. Verdammt. Wir sind in der Sackgaste. Und wie fühlst du dich? Ich versuche uns den Weg abzuschneiden. Guck mal hier. Von wo? Guck hier. Wir sind hier. Leipziger Straße, Ecke Wilhelmstraße. Timmy, der Rote, ist knapp hinter uns in der Voschstraße. Und grün und blau. Versuch uns den Weg abzuschneiden. Hier haben wir trotzdem einen Platz. Wir laufen hier die Wilhelmstraße weiter runter. Wilhelmstraße weiterlaufen. Ah, Scheiße. Ah, erwischt. Nein, ich habe aufgenommen. Zurück zum Start. Zurück zum Start.